isla galapa da sind wir auf der sonnigen strandinsel strandinsel gibt es das wort überhaupt ich denke ja nicht so und damit seid gegrüßt mein nebzwerge gnome hobbits und erlangen zu einem neuen part ja ich gucke ja gleich blackie hey blackie zu einem neuen part mit dem zwerenfürst mit dem zwerg wie black hier schon ankündigt ja im letzten part haben wir den dunklen fürsten den dunkleren fürsten doch noch besiegt und die geschichte vom dunklen fluch erfahren und haben uns dann schon mal hier auf diese insel begeben und heute wird es mal hier weitergehen meinen wohlverdienten strandurlaub werde ich mir hier mal gönnen die meeresoberfläche glitzert und funkelt wie schön sich das nicht in der sonne darin spiegelt nicht der sonne darin spiegelt lesen zwerg lesen muss man können das meer ist so groß und unser weg führt direkt hindurch was durchs meer tatsächlich dann mal weiter dann geht es mal voran wir rennen hier den weg ins lang wir rennen die strandpromenade ins lang einmal die fetzen der formel hinsetzen und herausfinden was übrigens ziemlich viel ok oder auch nicht so viel da haben wir wieder wegen gerettet heils moment war da nicht was hatten wir nicht eigentlich alle gesichter aus mit topia gerettet und den dunklen fürsten verband und die ganzen gesichter zurückgeholt war nicht wieder frieden und ordnung in mit topia eingetärzt war das nicht so seltsam da gibt es einen fehler mit topia ich bin nicht mehr auf die schliche gekommen auf reisen c1 freundschaft scheinbar sind wohl doch nicht alle gesichter gerettet zum beispiel die kaulquappe und der blaue exo der hat wie ihr seht noch ein gesicht ich habe noch gesichter es ist nicht ganz richtig dass die gerettet wurden ok die sind jetzt etwas stärker lassen sich nicht ganz mit einem hieb besiegen ja ich habe ein bisschen offscreen training gemacht um die goldenen fahnen in allen gebieten wieder zu schaffen um die 100 prozent zu erreichen und da habe ich unter anderem auch seine rober erhalten wer hat es bemerkt dass das neu ist der bonus erf schon wieder kriegen wir jetzt jedes mal der bonus erf die muss natürlich der liebe donald erhalten damit er auch mal im level ansteigt babynahrung ok das von der kaulquappe oder was von dem exo oh es ist dunkel oder was blick kann voll zu kaum noch denken oh ist da ist etwa hippie ein gemütlicher stuhl zum ausruhen na der kaktus wieder in die sache kennen wir doch schon was das bringt heilung akupunktur oder was da ist das gut kaktus akupunktur genau habe ich schon habt ihr euch schon alle aufgewärmt ja kann man so sagen beim sprinten wird es noch wärmer hier auf der hensee wir sollten hier eigentlich nicht so sprinten das ist eigentlich bei der hitze auf isna grad lappa nicht so und ein gasthaus ein notfall was zum sarah hat sich eine erkältung eingefangen tada andy fühlt sich wieder besser ach ja die ist ja im offscreen training ja erkältet gegangen nein nein das sagt man definitiv nicht so ja und auch die freundschaft zwischen zwege und blackie steigt weiter auf isna galapa wir haben ein ziel zu erreichen ich bin ja so dankbar was sie sind uns dankbar dass wir sie mitnehmen oder was kopf ok einmal mit impuls angreifen ist ja nur ein gegner attack vollen karro ok das hat es noch nicht ganz gebracht aber das hat es gebracht ich versuche mich die ganze zeit zu erinnern wer das war wer war die dame die wir mitgenommen haben ich hab's mir liegt's auf der zunge ah ah ich weiß es eigentlich hmmm wer ist das narrowcraft ah gut das an lisa 8 narrowcraft genau ich hab das spiel noch nie gespielt ja die spieler also die spielerei sprechen kann ich auch nicht mehr die spielerei immer eine abkürzung das fängt doch ganz spannend es könnte sehr spannend werden rasche rasche da ist etwas im hohen gras schauen wir mal nach es könnte ein schwerer gegner sein ein großer zwischenboss da hat sich doch glatt ein Affe im gemisch versteckt na der war wohl kein zwischenboss der Affe ließ eine halbe aufgefütterte Entspielbanane und rannte davon ließ eine halbe gefütterte Fallen achso lesen kann ich auch nicht habe ich da schon erwähnt wer lesen kann ist klar ein vorteil ja jetzt kommt hoffentlich mal ein schwerer gegner jau obwohl schwer ob die schwer sind ich hatte da eher eine furie erwartet oder 3 von der Sorte vielleicht 3 furien ich hatte ja mal nice gelesen ok scheinbar sind wir doch uha ich habe sie unter unter wie sagt man unterschätzt aber ja da wollen wir ja jetzt bloß nicht verlieren oh heute die Musik im Hintergrund die ist doch ein bisschen tropisch und ja strandmäßig wir machen halt ein bisschen Urlaub müssen zwar ein paar Monster bekämpfen aber ja wir lassen es gut gehen am Strand und ist ja noch alles nur halb so wild waren bisher noch keine Monster wo ich gesagt hätte ich zerstöre mir den Spielspaß hier ne so schwer da komme ich nicht durch so so ja berühmt als ich ja also ansicht sache ich mit den paar abonnenten 200 abonnenten so genau weiß ich nicht wieviel sie hat sorry das weiß ich nicht so genau leider beste Freunde na das wusste ich ja noch gar nicht dass wir beste Freunde sind wie wäre er starken gelernt ich habe da leider zugestimmt uiuiui dafür gibt es doch gleich für Donalds einen neuen Panzer einen Macho Panzer und für die Annelie eine neue Rüstung eine Macho Rüstung passt ja ich meine passt zu Donalds Geschenk zu Donalds Zeugs was er gekriegt hat und weiter kanns gehen die Sarah ist noch krank ist noch erkältet aber ich wollte sie sowieso nicht mit in mein Team nehmen also ja alles knüle Donalds ist erschifft und fällt in eine Matschpfütze das soll am Strand mal vorkommen das soll mal passieren Donalds ist wütend auf Blacki was hat denn sie die schon wieder gemacht sie ist doch nur vorbeigegangen das ist der Grund wütend zu sein naja gut mit aufhelfen können aber ja komm du bist doch selbst schuld wenn du nicht scheiße fliegst ja und schon niederpackt er sich da soll mal Blacki zur Hilfe eilen soll sie mal zeigen was er drauf hat ja dann ist doch alles wieder gut oder ob Lara Kraft irgendwelche Geheimnisse hat bestimmt so einige könnte ich mir vorstellen also wenn jemand Geheimnis hat dann also sie aber gut wenn irgendjemand Geheimnis hat dann ist es ja wohl Lara Kraft aber gut für Sachen Donalds ich hab schon fast Sarah gelesen aber ich sag mal mit Donalds verwechselt das darf meine Schwester nicht bemerken ähm dies nebenan sprechen wir mal ein bisschen leiser ähm naja bringt ja eh nichts ich veröffentliche das auf Youtube deshalb kann ich ja lauter sprechen und gewöhnlich weiterlaufen äh weiter moderieren ja und schon verspricht man sich wenn man die Lautstärke hebt genauso muss das laufen fetzende Formel ok ja ich erwarte mir nicht viel davon ja genau wir sind doch ein bisschen stärker in die Exos uh ich bin sehr geschwächt lass mich das bitte überleben da ist in Ordnung rot 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 Da gehe ich schon mein restliches Geld und der kauft so eine blöde Banane. Mann, 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 Mann. Dieser Donald. Meine Fresse. Auf geht's. Ich finde es auch eine Art Sprung. Du sagst es, das könnte schon ein bisschen sportliche Betätigung sein für das Team. Kein Spielscheine erhalten. Das Spielscheinrad drehen ist keine sportliche Ertätigung. Obwohl, Schach ist auch eine Sportart. Deshalb, warum kann das auch keiner Sportart sein? Oh, eine Kleidung oder eine Waffe. Eine Waffe. Entschuldige Kubusflasche. Okay. Rüsten wir mal aus. Verstärkt nämlich den Angriff ziemlich. Und die Magie auch. Kann ich gebrauchen. Dürfte sie existiv sein. Existiv. Ja, genau. Zweck erfindet neue Würze. Sag mir schon, auf wen du stehst. Oha, was haben wir denn hier? Ammonen-Geschoss. Wenn das mal nichts nice ist. Zwei paar Trönchen hat der auf Lager. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Bedankt euch beim Donald. Ich bin nur bisher links und rechts die Wege gegangen, die nicht zum Hauptziel führten. Weil ich es einfach auch mal probieren wollte, die Schatztruhen finden und so weiter. Die Hauptstory ist sowieso vorbei. Da können wir auch mal links und rechts lang gehen und die Wege ausprobieren. Und war bestimmt auch interessant. Fetzende Wurmel. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch in Zukunft noch sehen wollt. Naja, so viel Zukunft wird es nicht geben. Ich schätze noch zwei, drei Parts für dieses Mythopje noch. So, wenn wir diese zwei Reihe noch brauchen, dann ist er auch fertig. Ein bisschen Zeitquests werden wir noch machen, um die neuen Klassen zu erhalten. Und ja, dann vielleicht noch ein, zwei neue Teammitglieder integrieren. Da wir ja jetzt die Villa haben und so weiter. Ja, dann werde ich das auch bald beenden. Also so viel werde ich hier nicht mehr machen. Also so random Zwischenquests werde ich jetzt nicht machen. Also Sachen, die mir gar nichts bringen. Oha, eine Falle! Zwischenquests für nur zwei HP-Bananen oder so. Die werde ich dann auch in Zukunft eher lassen. Jetzt mache ich noch hier die Isla-Dingens. Schon habe ich mittlerweile sowas wie das Name. Ja, so viel zum Kurzzeitgedechnis. So viel dazu. Feuer frei. Ihr schafft es auch ohne mich. 17.000! Oh, scheiße. 1.700. Habe ich nicht verlesen. 1.080. Das sind durch 1.080. Nee, Krieg Donalds. Rotschwänze. Ja, Rotschwänze. Den müssen wir noch mal zum Essen geben. Zum Geben-Essen. Genau. Genau, Zwergi. Spielstreuer, Power. Die wurden eingesetzt. Attack. Mega Blitz. So Pogel-B ist es dran. Versteckt es hinter Zweige. Was? Andi. Was machst du? Sind wir jetzt alle wütend oder was? Gibt es doch ja nicht. Okay, einen haben wir besiegt. Aber den Pogel nicht. Die Pogels zeigen uns einfach hier ihren Po. Gibt es doch ja nicht. was zum geier 1703 geschah 1703 ich weiß es nicht ich bin kein geschichtsfan oha habe ich jetzt weggegeben naja gönnt sie sich ein gasthaus oder ja ein gasthaus kann hell sehen es wird auf dem unteren bildschirm präsentiert du hast jetzt im moment ich muss mich konzentrieren die richtige zahl zu lesen 1700 das ist die 1700 leute gerettet die macht es hoch ist nämlich auch manchmal mit absicht doof meine lieben freunde so level 11 mit absicht stelle oder wann ich das wirklich bin ja dumm bin ich natürlich irgendwie schon der sagt der ist klug der ist wirklich dumm das weiß man schon lange haupten würde ich wer klug das wäre wirklich dumm ja so ist es das ist wirklich noch nach fast 50 parts zu verwechseln das ist wirklich das ganz wirklich fast an grenzenloser dummheit grenzenloser dummheit auch ein interessanter satz satzbau jemand gemacht den blauen exo den kann ich auch nicht mehr sehen fetzende formel ich setze es immer wieder einig das was in jedem kampf ein ich finde es einfach so nice explosionen ich liebe sie herrste gröner ami ha ein kinderspiel nichts gewesen was so sonderlich anstrengend wäre es hat hier strandurlaub kann man sich mal gönnen im gegensatz zum dunkelsten fürstkampf ist das hier ertragbar obwohl der dunkelste fürstkampf der war ja auch ertragbar so schlimm war ja gar nicht lag nur in meiner eigenen inkompetenz schafft habe das erste mal und es lag auch daran dass ich die streuer verschenkt habe dass ich mal aus experimentierfreudigkeit hab's ja selbst gesehen in dem part probieren wir es mal aus schenken wir mal sarah den steuer ich glaube genau so waren meine worte zwar ohne das probieren wir es mal aus aber schenken wir mal sarah den steuer das war genau so meine worte und dann hatte ich es im endkampf wo ich es benötigt hätte er den nebensteuer nicht mehr der dunkle fürst ist besiegt und jetzt geht es nur noch im neben weiter kämpfen dunklen fürsten dunkler fürst sein ins rote ausrufezeichen rein zumindest in den level des roten ausrufezeichen nicht gleich ein großer gegner kommen oder was ehrlich gesagt habe ich nur geraten wo sich dieses monster aufhalten könnte aber vielleicht sind wir hier ja tatsächlich richtig oha da ist es doch und schon wieder wird ein gesicht gestohlen das ist doch von wegen mir haben wir gerettet das kann doch gar nicht mehr sein wie die dunklen fürsten besiegt haben was ist los spiel die logik verstehe ich auch nicht erklär mir die eine eine erklär mir einer fetzende formel ok das bringt jetzt relativ wenig auf den alien fetzende formel der ist ein bisschen stärker als die anderen gegner hier im wüsten level gerade im strand level nebenan ist es nicht mehr oh donalds isst eine hp banane ja er isst eine hp banane also er verspeist sie eine banane isst er noch nicht also ist selbst noch keine hp banane also das wäre ein bisschen ökig wenn er sich mit einer hp banane verwandeln würde hey alien stürme ich jetzt aber bitte mal nicht bei meinem hinten urlaub am strand juhu ja jetzt haben wir eine ultra steuer und hauen mal ordentlich rein was hast du da von alien erster bestand zangen im griff 2 zangen im griff mit alle die zack zack und da haben wir ihn angegriffen ok mit ultra steuern dürfte es doch doppelt angreifend sein dürfte das doch viel kriegbar sein was für worte die ich hier finde stur hm ok wer hat die attacken ab ok ein bisschen edge spielsteuer haben wir ja noch wurde ein bisschen durch offscreen training erweitert ja da haben wir ihn schon besiegt das ging schnell schneller als erwartet super leistung wer ist das welches mich haben wir da gerettet ich hoffe es stimmt deren gesicht wurde geklaut schon vorbei ja schon vorbei du sagst das entwerb für donald entwerb für annaly und bonus erf die kriegt ähm doch donald ist immer noch auf level 24 ist man auch der niedrigste im team aber kopf gerettet sonst ist es eigentlich immer ihre position die leute zu retten aber heute haben wir sie mal gerettet da hat sie ihr gesicht zurück ihr gericht ach ich höre auf das ich muss gleich aufhören wie sympathiert ist die versprecher hören ihr nicht mehr auf puh das plagiatsmonster ist erledigt womit meine unschuld bewiesen ist ich kann dir gar nicht genug danken bitte nimm dieses geschenk an ach das monster sah wie sie aus das monster das alien sah okay das sah für mich ein bisschen anders aus aber was soll es nimm das geschenk an erhalts in draco klinge ja gut ja annaly der habe ich den schon geschenkt im offscreen training nee ist klar muss verkaufen für 3300 gold das hat es gebracht naja haben wir ein bisschen geld bekommen von dieser ambition ich stehe tief in deiner Schubelz so dann gehen wir mal zum vampire und holen uns dort unsere nächste quest ab das üblich ist die klasse würde ich nämlich gerne haben die vampire keinen mifu erstellt du hast level 25 der klasse Kriegerrecht ja dann gehen wir mal nach weit gereist würde ich sagen und gucken uns da mal rum schauen wir mal was wir hier haben oh ein geschenk aufgabe wo ist der vampire hier ist der vampire vampire iron man kann ich den vielleicht irgendwie ändern vielleicht besser iron man dient nicht wirklich als vampire den würde ich da nicht für einsetzen nur dank dir darf ich wieder an wettkämpfen teilnehmen nur dank dir darf ich wieder an wettkämpfen teilnehmen endlich mit der grashalm weit wurf ok larry kraft zum team hinzufügen nein nein bloß nicht ist nicht mein me nein will ich nicht ok iron man dann würde ich mal sagen dann wechsle ich den mal kurz guck mal das sieht doch schon viel besser aus das passt doch schon viel mehr hey du da genau du da schauspielender vampir chris redfield hör dir das hier an ich habe ein ganz besonderes haus als wäre es für ihn gemacht darin lebt nämlich eine kreatur des schreckens ich kann mich nicht beschweren ich kann mich nicht beschweren chris redfield redet über eine gruselige resident in natürlich ein haus moment mal und was trage ich da zeige ich da brust oder was zeige ich da ungewöhnlich viel haus oder was dann schaut euch diesen kittel an guck mal es ist doch hier nur so bauch zeige ich so ein bisschen und so ein bisschen brust so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen hier schlüssel bei so ein bisschen sexy sexy klamotten nicht du dein ganz gewöhnliches monster oh nein ein geist ein richtiger echter geist das nervt ein bisschen deshalb möchte ich dich um einen gefallen bitten kannst du den geist kannst du den geist aus meinem haus vertreiben was das soll jetzt meine aufgabe sein als ob du das nicht kannst chris du hast doch schon genug geister und monster aus häusern vertrieben als residenten ähm ja aber schuldig nehme ich das doch gerne an ich kann dir mal helfen und vielleicht habe ich dann sogar Chris Redfield an meiner seite dann nutze ich das doch wunderbar ich sollte dich am besten begleiten ja Chris Redfield begleitet mich nice nice er begleitet mich schwebt er ein bisschen ich glaube ja er schwebt cool als vom Tier kannst du ein bisschen schweben nice oh Chris flieg Chris Chris Chrisess nice 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 die können wir auch mal machen die Chrisess Aufgabe was hat sie verwegene Kriegerin Cecilia kennst du Propa nebenan ist seine Heimat ich will ganz gern enger mit ihm befreundet deshalb musst du das hier an dich nehmen es ist ein Geschenk für ihn bitte gib es Propa 3 Spielchen die kann ich auch rausgeben aber ich bin zu schüchtern es ihm selber zu geben hm naja mach ich vielleicht später mal joa in Watzunggeier also neben Watzunggeier ne Gruselbe da geht es im nächsten Part weiter in Resident Evil in Topia ja das ist die neue Resident Evil Ausgabe Resident Evil 8 so zu sagen so bis zum nächsten Part deutlich nach oben sollte es euch gefallen haben sollte euch dieser Part gefallen haben noch lasst ein Abo da wenn ihr nur auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr wenn ihr den Zwergen fürs verpassen wollt die nächsten Parts zum von Resident Evil mit Topia zum Beispiel ansonsten ihr habt euch wohl habt es noch einen angenehm fast die Zeit sagte ich das schon ja ich glaube ich sagte das schon sag ich eigentlich immer als erstes also haut drin und gehabt euch wohl ciao ciao